Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass weltweit über 121 Millionen Menschen an irgendeiner Form von Depression leiden. Es ist eine der weltweit häufigsten psychischen Störungen und 30 Prozentpunkt der Betroffenen versuchen, sich das Leben zu nehmen. Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass Depressionen tödlich sind. Es ist erwiesen, dass kreative Menschen die Gruppe sind, die am stärksten von dieser Störung betroffen ist. Davon sind Menschen wie Ernest, Hemingway, Virginia Woolf und Michelangelo betroffen. Ist das nur auf ihre einzigartigen Denkprozesse zurückzuführen? Oder könnte es etwas anderes sein? Es ist erwiesen, dass sich Menschen als Spezies zu jenen hingezogen fühlen, mit denen sie Ideen teilen und ähnliche Gedanken haben. Studien haben dies immer wieder gezeigt, wie etwa in Newcombs Experiment von 1956, bei dem er herausfand, dass Männer ihre Mitbewohner mehr mochten, wenn sie ähnliche Einstellungen zu Sex, Familie und Politik hatten. Das liegt daran, dass Menschen sich gerne bestätigt fühlen, beeindruckt sind, wenn andere den gleichen Geschmack haben wie sie, und es einfacher finden, mit Menschen zu reden, die die gleichen Interessen haben. Es ist also vernünftig anzunehmen, dass eine Person, die niemanden mit einem ähnlichen Denkprozess findet, einsam wird und möglicherweise an Depressionen leidet. Kreative Menschen haben einzigartige Denkprozesse, und daher können wir daraus schließen, dass, so klischeehaft es auch klingen mag, niemand sie versteht. Die Newcombs-Studie war jedoch in vielerlei Hinsicht fehlerhaft, da sie geschlechtsspezifische, Voreingenommenheit und eine kleine, Stichprobengröße von 17 Personen hatte. Bedeutet, dass es nicht auf die gesamte Bevölkerung verallgemeinert werden kann. Und es versäumt, tiefere Ebenen des Denkens zu erforschen. Das bedeutet, dass Menschen zwar umgänglicher sein können, wenn sie die gleichen Ansichten haben. Das heißt aber nicht, dass Menschen mit anderen Ansichten von der Gesellschaft gemieden werden. Was also verursacht ein solches Maß an Depressionen bei der kreativeren Hälfte der Bevölkerung? Akinola und Mendes führten 2008 eine Studie durch, die sich mit der Rolle von Ablehnung in Bezug auf Kreativität befasste. Die Teilnehmer erhielten entweder positives oder negatives Feedback zu einem Sprechtest und wurden dann gebeten, eine Collage zu erstellen. Die Teilnehmer, die negativen Feedback oder Ablehnung ausgesetzt waren, erstellten kreativere Collagen als die Teilnehmer der Kontrollgruppe und der Gruppe mit positivem Feedback. Dies deutet darauf hin, dass gesellschaftliche Ablehnung, ein besonderes Symptom von Depressionen, für eine gesteigerte Kreativität verantwortlich sein könnte. Mit anderen Worten, Depressionen führen zu Kreativität. Anstatt dass Kreativität Depressionen verursacht. Es ist entscheidend, kritisch zu denken, wenn es um Kunst geht. Um ihre optimale Leistungsfähigkeit zu erreichen, aber das Problem beim Überdenken ist, dass oft Selbstzweifel folgen. Und das dadurch entstehende geringere Selbstvertrauen macht es leichter, in Depressionen zu verfallen. Vielleicht liegt die Ursache für solche psychischen Probleme bei kreativen Menschen darin, dass sie sich zu sehr daran gewöhnen, ihre eigene Arbeit zu beurteilen, und langsam anfangen, sich selbst zu beurteilen. Ich weiß, dass ich mich dessen schuldig mache, da es schwer wird, zwischen beidem zu unterscheiden. Besonders wenn man so viel Herzblut in die Arbeit steckt, wird sie fast ein Teil von einem. Die Rolle eines Künstlers besteht darin, immer auf der gefährlichen Linie zu tanzen. Und für viele ist dieser Tanz zu schwer, um mitzuhalten. Leiden sie unter denselben Problemen, welche Theorie unterstützen sie? Depression verursacht Kreativität oder Kreativität verursacht Depression. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, abonnieren Sie bitte meinen Kanal.